Wir haben jetzt eine neue Serie, die heißt Wildtierernährung neu gedacht und da geht es eigentlich um das ganze Jahr. Also wie der Sommerlebensraum ist, was die Wildtiere im Sommer fressen können oder essen können und wenn das im Winter dann fehlt, was dann der Mensch ergänzen kann. Wir werden uns heute eine Wildheuerzeugung anschauen. Wir in Raumberg-Kuppenstein sind generell daran interessiert, Fakten zu schaffen, indem wir Dinge untersuchen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, um auch den Bereich der Wildtierfütterung generell zu unterstützen mit einer gewissen Wissensgrundlage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017